Best Marker auf Rang 4 in Kitzbühel geschraubt, heute Zehnter nach dem ersten Durchgang. Der braucht immer ein bisschen, im Plauchen ist er nicht unbedingt der Schnellste. Ein bisschen Plauchen ist natürlich... Sehr viel, sehr viel. Ein bisschen Plauchen ist natürlich speziell hier ein Levy sehr ungünstig. Jaja, aber er hat es auch im ersten Durchgang hauptsächlich im Steilhand verstanden, seine Zeit zu holen. Eine halbe Sekunde ist viel, kann er halbieren. Er ist so weit hinten gesessen und deshalb wird auch das Tempo daraus ein wenig fehlen. Ja, und dann verliert er da sehr, sehr viel Zeit und fällt an die neunte Stelle zurück. Das sind so die wichtigen Stellen, wo man Fehler vermeiden sollte. Kurz vor dem Flachstück. Da sollte...